Hallo YouTube, ich habe jetzt hier noch mal die beiden, die Svenja und den Moritz. Wir haben jetzt noch ein neues Outfit an, die blaue Hose, unsere braune Kortschuhe und so ein gestreiftes Langarmshirt dazu. Und das steht ihm doch ganz gut. Und Svenja hat das gleiche Outfit an wie die anderen beiden Mädchen. Diese Hose hellblau mit rosa-weißen Pünktchen und diesen Häschenpfannen drauf. Und auch solche Kuhschuhe. Und das ist der Moritz mit seinen schönen braunen Augen. Oder blau. Halt mal, guck, blau sind sie. Ja. Ganz süßer, kleiner Kerl. Svenja hat so zwei Schwänzle. Ganz neugierig. Ja. Schon nett. Die wollte ich euch jetzt nur noch zeigen, die eingekleidet sind. Ja. Svenja ist 74 cm groß und 5 Kilo schwer. Die habe ich mal im Ebay ersteigert. Und den Bausatz weiß ich leider nicht, weil der war nicht dabei beschrieben oder so. Gell? Ja. Bei ihm wisst er ja Bescheid. Bei diesem kleinen Mann. Aber er kommt schon richtig nett rein. Gell? Gell du kleiner Spitzbubi? Das Blau steht ihm richtig gut. Ja. Auch die Händchen. Sehr schön gemacht, wie ihr seht. Und bei ihr ja auch. Und auch immer das Haar-Routing ist interessant. So fein, wie die das halt haben mit so einem Jahr. Gell? Oh, du guckst ganz überrascht. Der Gesichter ist so bis zum Schießen. Und ich auch in deiner Stelle. So, das war's. Tschüss. Tschüss.